Das Hotel Rosi Suites liegt in Kusadasi in türkischer Ägäis. Die meisten Gäste des Hotel Rosi Suites würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 67%. Fünf Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,9 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur fünf Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Sport und Unterhaltungsprogramme. Wer sich sportlich ausdoben möchte und ein gutes Unterhaltungsprogramm sucht, ist in diesem Hotel bestens aufgehoben. Die Gäste vergeben stolze 6 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,2 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Zimmer. Mit 5 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Gastronomie. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotels und vergeben 4,7 Sonnen von 6 Sonnen. Service. Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4,2 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.